Ich habe gedacht, das wäre eine Fahne. Der Christian hat echt Glück gehabt, dass er das Ding gefunden hat hier. Ja, nun geht ja keiner rauf. Der abstellt sich so richtig schön hin. Hast du noch eins, bitte? Noch eins. Ich habe Angst, dass es hier nicht so richtig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020